Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem Kaorakao, mein Name ist Jelka, ich bin Kroatische Wahrsagerin und heute ist Dienstag, 30. Juni 2020. Ich werde diese Karte gut mischen, dann werde ich eine Karte rausziehen für uns heute als Tageskarte. Die Tageskarte für heute, für uns ist Nummer 11, Gerechtigkeit. Meine Lieben, wir brauchen noch eine Karte, Karte für Liebe und Beziehungen für heute. Und ich werde diese Karten auch gut mischen und die werde ich eine Karte rausziehen für heute, für den Bereich des Liebes und Beziehungen. Und die Karte für Liebe und Beziehungen heute ist Nummer 4, Emperor. Unsere Tageskarte für heute ist Gerechtigkeit Nummer 11. Und diese Karte bedeutet Gesetz Gleichgewicht Eigenen Handlungen Beurteilt werden Beurteilt werden Bestrafung Belohnung Es bedeutet natürliche Ordnung und Unterwerfung unter eine Heere Logik Unsere Karte für Liebe und Beziehungen heute ist der Herrscher. Der Herrscher Kraft Stabilität Macht und Sicherheit Der Herrscher ist ein Mächter, 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 der Herrscher ist ein Mächter. Gerechtiger Schutz Hier geht es um eine feste Beziehung, Verbindlichkeit Meine Lieben, diese waren unsere zwei Karten heute. Die Tageskarte Nummer 11, der Gerechtigkeit und die Karte für Liebe und Beziehungen Nummer 4, der Herrscher. Ausgezeichnet meine liebe Leute ich wünsche euch einen guten Tag heute ich möchte euch für ihren Besuch auf meinem Kanal bedanken und vergessen sie bitte nicht abonnieren, make in Thailand bis morgen, tschüss Bis zum nächsten Mal